Die Frage nach der Endlichkeit des Universums beschäftigt Wissenschaftler und Laien gleichermaßen. Die Vorstellung eines räumlichen Endes des Universums fasziniert, denn gleichzeitig mit der Idee kommt die Frage auf, was sich hinter diesen Grenzen befinden könnte und ob wir diese Grenzen jemals erreichen könnten. Nein, sagen die Wissenschaftler, und sie können auch sehr gut begründen, wieso das so ist. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die aktuelle Forschung und gehen der Frage nach, wieso wir niemals das Ende des Universums erreichen können. Bleib also dran, denn es wird spannend. Nach dem Video interessieren uns wie immer deine persönliche Meinung und Ideen zum Thema in den Comments. Los geht's! Das Universum ist bekanntlich groß, vielleicht sogar unendlich groß. Selbst wenn wir eines Tages eine räumliche Begrenzung finden würden, wäre es uns doch unmöglich, dieses Ende zu bereisen und zu erforschen. Jetzt denkst du wahrscheinlich zuerst daran, dass wir derzeit keine Raumschiffe zur Verfügung haben, die mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Doch selbst wenn wir mit fortschrittlicher Technologie in der Lage wären, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, würde es noch immer unendlich lange dauern, um das Ende des Universums zu erreichen. Einer der Gründe ist die Tatsache, dass sich das Universum ständig ausdehnt. Das bedeutet, dass selbst wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit in eine bestimmte Richtung bewegen, die Ausdehnung des Universums uns immer weiter davonträgt. Folglich wird es immer einen Punkt geben, den wir niemals erreichen können, da er sich immer weiter von uns wegbewegt. Ein weiterer Grund ist, dass es auch andere physikalische Grenzen gibt, die unsere Reise durch das Universum begrenzen. Zum Beispiel gibt es das Konzept des Ereignishorizonts, das sich auf den Punkt bezieht, an dem die Gravitationskraft so stark wird, dass sie nicht einmal das Licht entkommen lässt. Es gibt außerdem auch die Begrenzung der Energie, die wir benötigen, um schneller als das Licht zu reisen, was nach der gegenwärtigen Theorie der Relativität unmöglich ist. Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, dass unser Universum selbst endlich ist, aber in einer so großen Größe, dass wir niemals in der Lage sein werden, sein Ende zu erreichen. Einige kosmologische Modelle sehen vor, dass wir uns in einer Art geschlossener Schleife befinden, in der wir immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, ohne jemals das Ende des Universums zu erreichen. Wie groß das Universum ist, können wir vom derzeitigen Stand der Wissenschaft unmöglich sagen. Alle bisher bekannten Größen und Ausdehnungen geben lediglich den bisher für uns sichtbar gewordenen Raum an. Sichtbar bedeutet, dass wir diese Abschnitte des Alls mit unseren Teleskopen beobachten können. Eine Grenze hat bisher aber niemand gefunden. Das bisher bekannte All umfasst alles, was wir durch unsere Beobachtungen und Messungen in der kosmischen Landschaft identifizieren können. Das Universum, das wir beobachten können, besteht aus Galaxien, Sternen, Planeten, Gasnebeln, schwarzen Löchern und anderen kosmischen Objekten. Wir können diese Objekte durch Teleskope und andere Instrumente untersuchen und ihre Eigenschaften messen, um mehr über ihre Natur und Zusammensetzung zu erfahren. Doch trotzdem kennen und wissen wir bisher nur sehr wenig über das All, das in unserer Sicht derzeit einen geschätzten Durchmesser von etwa 93 Milliarden Lichtjahren besitzt. Fakt ist auch, dass wir das aktuelle All nicht sehen können. Wir müssen bedenken, dass das Licht, das nach vielen Jahren auf die Spiegel der Teleskope trifft, und manchmal sind es Hunderttausende oder Milliarden Jahren, aus der Vergangenheit stammt. Schauen wir ins All. Sehen wir, wo sich die Himmelskörper vor einigen oder auch Millionen Jahren befunden haben. Wir sehen aber keinen aktuellen Abdruck. Natürlich können Astronomen anhand von Computerprogrammen berechnen, wo sich Sterne und Galaxien heute tatsächlich befinden. Doch sehen können wir diese Objekte immer nur in der Vergangenheit. Das macht es natürlich auch schwer, ein aktuelles Ende zu finden. Doch auch hier kommen die Mathematik, Computer und andere im All beobachtbare Größen den Forscherinnen und Forschern zur Hilfe. Andere Werte, die wir auf der Erde beobachten können, sind die kosmische Hintergrundstrahlung sowie Gravitationswellen. Die große Unbekannte bei der Bestimmung der Größe des Alls und der Berechnung der Möglichkeit eines Endes oder auch eines Anfangs sind dunkle Materie und dunkle Energie. Beide machen etwa 85% des Kosmos aus, sind für uns aber nicht direkt beobachtbar, weil sie kein Licht abgeben und damit schlichtweg nicht sichtbar sind. Wir können aber ihre Auswirkungen auf die sichtbaren Objekte im Universum erkennen und ihre Wirkungen im Labor simulieren. Forscher gehen heute davon aus, dass das beobachtbare Universum eine Geschichte hat, die bis zum Urknall zurückreicht. Während des Urknalls wurde das Universum in einer enormen Explosion geboren und seitdem hat es sich vermutlich immer weiter ausgedehnt. Diesen Prozess der Ausdehnung verfolgen Wissenschaftler. Doch auch hier ist bisher Fehlanzeige, wenn es um die Frage der Endlichkeit des Universums geht. Trotz mangelnder Fakten haben Wissenschaftler zu beiden Möglichkeiten diverse Theorien und Modelle aufgestellt. Schon Einstein beschrieb die meisten heute bekannten Phänomene und Objekte im Kosmos in seiner allgemeinen Relativitätstheorie, ohne jemals solche Objekte gesehen zu haben. Er kam alleine aus der Logik der Mathematik und der Beobachtung bekannter physikalischer Kräfte darauf. Auf ähnliche Weise versuchen Wissenschaftler heute also auch der etwaigen Endlichkeit des Kosmos auf die Spur zu kommen. Albert Einstein sagte über die Unendlichkeit des Kosmos übrigens, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dummheit ist, wenn wir sie wohlwollend betrachten, nichts anderes als die Abwesenheit von Wissen. Und genau hier möchten Astronomen und Kosmologen nicht warten, bis wir sicher von einem Ende oder einer Unendlichkeit wissen. Sie gehen der Frage einmal mehr von der mathematisch-theoretischen Seite nach. Messungen der kosmischen Hintergrundstrahlung weisen beispielsweise auf eine flache Geometrie des Universums hin. Daraus schlussfolgern einige Modelle, dass das Universum unendlich sein könnte. Auch Beobachtungen von Galaxien, Clustern und der Verteilung von Galaxien im Universum deuten darauf hin, dass das Universum sehr groß bis unendlich sein könnte. Eine weitere, sehr interessante Theorie ist das Konzept eines geschlossenen Universums, das trotzdem unendlich erscheint. Der Donut oder das Torsionenall Ein solches All könnte die Form eines Torsionenfeldes oder eines Donut-ähnlichen Ringes besitzen. Wir, die wir uns im Inneren befinden, könnten theoretisch immer im Kreis schauen oder gegen die Begrenzungen fliegen. Trotzdem würden uns die physikalischen Besonderheiten innerhalb dieses Kosmos Unendlichkeit vorgaukeln. Eine Reise zum Ende wäre also auch hier selbst mit den besten Technologien und den schnellsten Raumschiffen praktisch nicht möglich. Das Blasenuniversum Die spekulative Theorie des Blasen- oder Bubble-Universums geht davon aus, dass es mehrere Universen gibt, die nebeneinander existieren und sich möglicherweise berühren oder sogar miteinander verschmelzen könnten. In diesem Modell wäre jedes Universum begrenzt, aber die Gesamtzahl der Universen könnte ebenso unendlich sein wie der Raum, in dem sich diese Blasen befinden. Obwohl es derzeit keine direkten Beobachtungen von anderen Dimensionen oder Universen gibt, gibt es einige Theorien und Hinweise, die darauf hindeuten, dass sie möglicherweise existieren könnten. Die String-Theory besagt, dass die fundamentalen Bausteine des Universums nicht Teilchen, sondern winzige Strings sind, die in bis zu elf Dimensionen existieren könnten, von denen wir jedoch nur vier wahrnehmen können. Drei räumliche Dimensionen und eine Zeitdimension. Die String-Theory besagt auch, dass es möglicherweise parallele Universen gibt, die in anderen Dimensionen existieren. Ein weiteres Konzept ist das der versteckten oder faltigen Dimensionen. Diese Theorie besagt, dass es zusätzliche räumliche Dimensionen geben könnte, die so klein sind, dass sie für uns nicht wahrnehmbar sind, da sie sich in sich selbst gefaltet haben. Es gibt auch Hinweise auf die Existenz von Paralleluniversen oder dem Multiversum, die in Voids oder großen, leeren Bereichen im Universum aufgespürt wurden. Es handelt sich dabei um große Bereiche im Universum, in denen es nur wenige Galaxien und Sternensysteme gibt. Kosmische Voids könnten das Ergebnis der Kollision von zwei Welten sein. In diesem Szenario würden zwei Galaxienhaufen kollidieren und sich durch den Zusammenstoß gegenseitig zerstören, wodurch ein leerer Bereich im Universum entsteht. Diese Theorie wird auch als Kollisional Void bezeichnet. Ein weiterer Hinweis auf die Kollision zweier Welten kann durch die Untersuchung der Verteilung von dunkler Materie in kosmischen Voids gefunden werden. Dunkle Materie ist eine unsichtbare Art von Materie, die einen Großteil des Universums ausmacht und eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Galaxien und Sternensystemen spielt. Gibt es im Kosmos mehrere Universen und Dimensionen, so wäre auch wieder klar, dass ein Erreichen eines Endes eine mathematische sowie praktische Unmöglichkeit darstellt. Das zeitliche Ende des Universums Theorien und Schätzungen, wie lange das Universum bestehen wird, basieren auf der Beobachtung der gegenwärtigen Expansion und der Zusammensetzung des Universums. Eine der wichtigsten Größen dabei ist die dunkle Energie. Diese soll für die beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich sein und es wird erwartet, dass sie im Laufe der Zeit zunehmen wird. Und dies könnte dazu führen, dass das Universum immer schneller expandiert, bis die Entfernungen zwischen Galaxien so groß sind, dass sie nicht mehr miteinander interagieren können. In diesem Szenario wird das Universum in einer kalten Dunkelheit erstarren, die es praktisch unendlich machen würde. Eine andere, wichtige Theorie ist die der großen Vereinheitlichung. Diese Theorie besagt, dass alle fundamentalen Kräfte des Universums bei sehr hohen Energien vereinheitlicht waren. Wenn diese Kräfte jedoch bei niedrigeren Energien getrennt wurden, könnte dies dazu führen, dass die Protonen in den Atomkernen zerfallen, was das Ende der Materie im Universum bedeuten würde. In diesem Szenario würde das Universum irgendwann zerfallen. Eine weitere Theorie ist der Big Rip. Diese geht davon aus, dass die Expansion so schnell wird, dass die Galaxien, Sterne und sogar Atome auseinandergerissen werden. Beim Big Crunch kehrt sich die Expansion des Universums irgendwann um und endet in einem Kollaps. Also auch das zeitliche Ende des Universums können wir niemals erreichen. Selbst wenn die Menschheit noch Milliarden Jahre weiter bestehen würden, so würden organische Lebewesen wie wir lange vor diesen Endszenarien aufgrund von physikalischen und chemischen Veränderungen im Kosmos ausgestorben sein. Ist das Ende immer auch ein neuer Anfang? Egal, wie das All eines Tages enden wird, das Ende muss längst kein Ende sein. Im Gegenteil, immer mehr Hinweise sprechen dafür, dass bereits vor unserem Universum ein anderes bestanden hat. Und dieses hat in seinen letzten Zügen bereits Geburtshilfe für unser aktuelles Universum geleistet. Die Theorie des zyklischen Universums beschreibt das All als eine unendliche Aneinanderreihung von zeitlich in sich begrenzten Universen. Sie werden geboren, dehnen sich aus, zerfallen oder ziehen sich zusammen und schließlich wird ein neuer Kosmos geboren. Ein Ende im mathematischen Sinne gäbe es also auch hier nicht. Ein wirkliches Ende gibt es aber in diesem Video. Und da sind wir jetzt. Wir wissen, dass du sicher die ein oder andere Idee zur Endlichkeit oder Unendlichkeit des Universums hast. Wir freuen uns, von dir im Kommentarbereich zu lesen und wünschen dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Simply Space.